Ein Drama in einem Wohngebiet hält jetzt die Sanitäter Jannik Brandner und Hannes Giacomassa in Atem. Die Sanitäter werden täglich zu Unfällen im Haushalt gerufen. Dieser Einsatz wird für die Spezialisten allerdings noch eine unerwartete Wendung nehmen. Wie ist Ihr Name? Ich bin der Anton Decker. Herr Decker. Wir sind hier eingezogen. Ich habe einfach nur einen Umzugskarton hochgeschleppt und bin blöd hingeflogen, bin an einem Geländer da hängen geblieben. Und Sie haben sich jetzt, wie ich das gerade sehe, den linken Knöchel verletzt? Ja, du bist ein bisschen angestaucht. Machst du einfach schon. Ich bin halt so wild. So, passen Sie aber mit dem Bereich hier? Ja. Wir sind hier durch die Leitstelle zu einem klassischen Haushaltsunfall gerufen worden. Ein Mann hat sich beim Tragen von Umzugskartons irgendwie vertreten, den Knöchel leicht verstaucht oder ähnliches. Ja, und da sind wir dann vor Ort erst mal tätig geworden. Herr Decker, das Problem ist, da können wir vor Ort nicht allzu viel dran machen. Persönlich würde ich Ihnen raten, einmal mit uns ins Krankenhaus zu fahren, dass Sie das einmal untersuchen lassen. Mal reinschauen können wir halt nicht. Möglicherweise haben Sie sich einen Bänderriss zugezogen. Vielleicht ist es auch nur eine Verstauchung, wenn Sie ein bisschen Glück haben. Nein, macht den Unruh. Also Brocken ist ja nicht gebrochen. Ja, du, klar. Sie sind also mitten im Umzugsstress, das ist natürlich nicht so optimal. Genau. Aber mit dem Fuß hilft das natürlich auch nichts. Nicht, dass Sie hinterher noch die Treppe ganz runterfallen oder so. Meinen Sie, schaffen Sie das mit Unterstützung zum Auto? Ja, sicher. Ja, denke ich mir. Die Spezialisten wollen den Patienten in die Klinik transportieren. Für die Sanitäter ist der Einsatz vor Ort damit abgeschlossen. Doch es kommt ganz anders, als sie denken. Gut. Da, da, da ist irgendwas noch. Ja, ich habe das, ich habe das. Da ruft jemand was um Hilfe. Das ist unsere Nachbarin, die Frau Feldmann. Kommt das von oben? Die Frau Feldmann, ja. Ich gehe mit Ihnen zum Auto. Ja, ich gehe mal einmal gucken, was da los ist. Als wir den Herrn Decker dann ausreichend untersucht hatten und er uns auch zugesichert hat, dass er mit Unterstützung zum Rettungswagen laufen kann, haben wir aus dem Obergeschoss ein Geräusch vernommen. Auf Nachfrage konnte uns die Frau Decker dann auch mitteilen, dass dort die Frau Feldmann wohnt, eine ältere Dame. Und die schien nun offensichtlich um Hilfe zu rufen. Hallo? Hallo, der Rettungsdienst. Hilfe! Ich habe die Telefonnummer von der Frau, von der Tochter von der Frau Feldmann. Ich hole die mal schnell. Äh, warte, warten Sie mal. Die Frau Feldmann wohnt da, sagen Sie? Ja, und die Tochter, die wohnt hier in der Nähe. Die hat den Schlüssel für die Wohnung. Ja, gut. Okay, ich bestelle trotzdem einmal die Kollegen dazu. Okay. Leitstelle Köln für den 2, RTW 1, komm. Leitstelle Köln hört. Ja, wir benötigen an der Einsatzstelle Buchfinkenstraße 105 einmal die Feuerwehr zur Türöffnung nach Unfallverdacht. Ja, verstanden. Eine Handwerksfluss geschickt. Glücklicherweise hatte die Frau Decker wohl eine Notrufnummer von der Tochter der Frau Feldmann, um die erreichen zu können. Nichtsdestotrotz haben wir hier aufgrund der akuten Gefahrenlage entschieden, die Kollegen der Feuerwehr hinzuzuziehen, weil halt Passanten auch oft mal im Stau stehen bleiben können oder aus anderen Gründen nicht erreichbar sind. Von daher war es hier notwendig, die Kollegen der Feuerwehr hinzuzuziehen, um halt schnellstmöglich interagieren zu können. Noch ahnt niemand, was für eine Tragödie sich hinter der Tür abspielt. Schon wenige Minuten später erreicht das Team der Feuerwehr um Einsatzleiter Robin Garlath das Wohngebäude. Frau Feldmann, hier spricht die Feuerwehr, hallo? Ja, ich habe das gerade mal versucht, also mehr als Hilfe kommt da nicht. Ist ein bisschen eigenartig auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir mal, machen wir die Tür auf, ist die Polizei schon alarmiert? Die Polizei kommt mit, ja. Alles klar, dann gucken wir mal ran hier. Hilfe! Wenn wir zur Einsatzstelle kommen und natürlich die zu rettende Person dann auch noch um Hilfe schreit, ist natürlich nicht so eine angenehme Situation. Aber wenn wir natürlich vor Ort sind und ankommen, haben wir erstmal, blenden wir das komplett aus und verrichten dann erstmal unsere Arbeit. Also wir versuchen das natürlich auszublenden, manchmal geht es natürlich nicht, aber die Arbeit steht natürlich im Vordergrund und wir lassen uns davon jetzt erstmal nicht irritieren. Niemand kann ausschließen, dass sich in der Wohnung eine Straftat abgespielt hat. Die Mieterin könnte in Gefahr oder verletzt sein. Zunächst erwartet die Spezialisten allerdings eine Überraschung. Ja, ja. Ah, das sieht doch gut aus. Perfekt. Rettungsdienst einmal vor. Sie sind die Tochter. Hallo. Hallo. Wo hast du das gehört? Ja. Hast du das gehört? Der Papa kann ja Hilfe gerufen. Ja, super. Na du? Wer bist du denn? Ja, du hast ja Hilfe. Guten Tag, da sind Sie. Ich bin die Tochter. Wo ist denn meine Mutter? Ja. Oh, das ist Polly. Das ist der Papagei. Den hab ich meine Mama. Der Papagei ruft um Hilfe. Ja. Und wo ist meine Mutter? Die muss auch hier sein. Mama? Mama? Ja, der Papagei ruft die ganze Zeit um Hilfe. Hallo, Frau Feldmann. Weißt du das? Ja. Oh. Frau Feldmann. Frau Feldmann ist auch da. Hier ist der Herr Garlath von der Berufsfeuerwehr. Was ist denn passiert? Ja? Sind Sie vom Sessel gefallen? Okay. Mama, was ist denn los? Sie liegt hinter der Tür und so wie es aussieht, der Fuß ist eingeklemmt. Einer vom Rettungsdienst. Mal gucken, wenn Sie einmal hier nach vorne kommen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, dass wir vielleicht vom Garten, über die Terrasse? Gut. Da geht ihr schon mal runter. Gucken nach einer anderen Zubeegung hinten an der Terrasse. Ob wir da herkommen. Ja, dann gehen wir einmal runter. Wir haben die Frau Feldmann im weiteren Einsatzverlauf im Wohnzimmer vorgefunden. Die lag hinter der Tür. Die konnte daraufhin halt nur ein Spalt geöffnet werden. Jetzt hätte man ja sagen können, man schiebt die Tür einfach auf. Das Problem war aber a, dass sie offensichtlich mit dem Fuß irgendwie sich im Sessel verfangen hatte. Und b, weiß man ja auch nie, welche Verletzungen die Person davon getragen hat. Weshalb wir dann entschieden haben, zusammen mit der Feuerwehr über einen alternativen Zugangsweg in das Wohnzimmer hinein zu gelangen. Und sich uns dann um die Frau zu kümmern. Die Spezialisten müssen so schnell wie möglich in die Wohnung. Denn keiner weiß, wie lange die Mieterin schon dort am Boden liegt. Ein Sturz könnte der älteren Dame lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben. Dann schaust du bitte mal kurz eben nach der Tür. Das sieht aber so aus, als wäre die nur angelegt mit der Terrassentür. Auf jeden Fall ist der Griff mittig. Wenn du dann auch Hilfe brauchst oder sowas, sagst du Bescheid eben. Nee, geht auf. Alles klar. Tür ist offen, dann geh ich mal gucken. Ja, geht ihr mal rein. In diesem Fall war es sehr praktisch, dass wir dann mit der dreiteiligen Schiebleiter über dem Balkon zu der besagten Wohnung vorarbeiten konnten. Und Gott sei Dank war die Balkontür dann auch nur noch angelehnt, sodass der Rettungsdienst und unsere Kräfte der Feuerwehr zeitnah und schnell zu der Patientin gelangen konnten. Frau Feldmann? Ja? Mein Name ist Brandner vom Rettungsdienst. Und was ist denn hier passiert? Ich weiß nicht. Ich wollte aufs Inzestel raussteigen. Ja, wir sind jetzt da. Einen Moment. Wir müssen kurz gucken, wie wir sie von der Tür ein Stück wegkriegen. Sie stecken mit Ihrem Fuß ein bisschen schlecht hier drin fest, in dem Sessel. Sollen wir mal schauen, ob wir den hier rauskriegen? Vorsichtig. Wenn es wehtut, sagen Sie bitte Bescheid, ja? Auf den ersten Blick ging es der Frau Feldmann relativ gut. Klar, sie lag auf dem Fußboden längere Zeit wohl auch. Der Fuß war in dem Sessel eingeklemmt. Nichtsdestotrotz war sie wach und ansprechbar und auch zeitlich und örtlich orientiert. Und das ist für uns halt auch immer ein Zeichen dafür, dass die Person nicht akut vital bedroht ist. Sehr gut. So, Frau Feldmann? Wir versuchen jetzt Folgendes. Die Kollegin von der Feuerwehr und ich, wir ziehen Sie auf dem glatten Boden mal so ein Stück von der Tür weg, dass die Kollegen mit reinkommen können, ja? Versuchen Sie mal so ein bisschen mitzuhelfen vielleicht. Eins, zwei, drei. Aua, 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 aua. Ja, wunderbar. Ja, das passt. Sehr gut. Machst du mal einen Rucksack auf? Ja. Ich kann mal fragen helfen. Frau Feldmann, seit wann liegen Sie denn hier? Seit gestern Abend. Seit gestern Abend schon? Ach, du liebe Zeit. Ja, dann schauen wir mal. Wie ist denn das jetzt genau passiert? Perfekt. Ah, wunderbar, danke. Sehr gut. Also, Frau Feldmann liegt wo seit gestern Abend schon, hier, sagt sie. Ja. Sie wollte von dem Sofa aufstehen, ist dann dabei gestürzt. Okay. Und gibt jetzt Schmerzen im Bereich der rechten Hüfte an. Deswegen, ich mach mal grad einmal einen Druck. Die Frau Feldmann hat bei der Befragung angegeben, dass sie bereits seit gestern Abend dort auf dem Fußboden liegt. Das ist nicht ganz ungefährlich, weil sie ja vermutlich auch nichts getrunken hat, während sie auf dem Fußboden lag. Und ja, wir haben dann vermutet, dass sie auch ein wenig dehydriert ist. Das kann man relativ einfach testen, indem man die Hautfalte auf dem Handrücken mal so ein bisschen hochzieht. Wenn die stehen bleibt, dann ist die Haut tatsächlich zu trocken und man muss halt Flüssigkeit hinzuführen. Das Problem ist, dass der Körper zu einem ungeheuer großen Prozentsatz aus Wasser besteht. Und Wasser halt das wichtigste Lebensmittel ist quasi für uns. Deswegen mussten wir zeitnah zusehen, dass wir a, Flüssigkeit in die Frau reinbekommen und b, sie auch zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus überführen. Ich kümmere mich auf jeden Fall um Folie. Frau Rutschlein, Frau Rutschlein. Begleiten Sie uns oder wie sieht das aus? Ja, wenn ich mitfahren darf, das wäre super. Soll ich mitfahren, Mama? Ja, ne? Ich lasse dich nicht alleine. Sie müssten dann gleich bitte einmal vorne auf dem Beifahrersitz Platz nehmen. Auf jeden Fall. Und Frau Rutschlein, wahrscheinlich nicht mehr nach oben. Nee, eigentlich nicht. Dann sind wir jetzt weg. Wir fahren ins Südkunde. Ja, ja. Alles klar. Frau Feldmann, alles Gute, ja? Machen Sie sich keine Sorgen, die Tür ist nicht beschädigt. Okay, wir sind dann weg, ja? Ja, danke. Die Frau Feldmann wird wie jeder Notfallpatient auch jetzt von uns in die zentrale Notaufnahme gefahren. Sie wird dort eingehend untersucht werden. Wenn sie sich da nicht weiter groß was getan hat, also nichts Gebrochenes oder Ähnliches, dann wird sie da auch relativ schnell wieder auf den Beinen sein. Wobei natürlich der Papagei, muss man auch sagen, wenn er nicht um Hilfe gerufen hätte, dann hätten wir sie vielleicht auch gar nicht gefunden. Von daher war das reine Glückssache und wir hoffen, dass es ihr bald wieder gut geht. Die Patientin hat tatsächlich einen Beckenbruch erlitten. Sie wollte von ihrem Sessel aufstehen, ist aber daran hängen geblieben und gestürzt. Ihr neuer Nachbar achtet seitdem sehr auf die ältere Dame. Er hatte sich seinen Knöchel beim Umzug nur verstaucht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.